Ich fordere von dir eine Klarheit, die du mir verweigerst. Also fliege ich nach London und rede mit Papa. Warum willst du denn jetzt mein Leben zerstören? Du darfst nicht mit Hartmut reden! Oberbürgermeister Thomas Janssen ist nicht im Urlaub, sondern hat einen Hörsturz. Was fällt Ihnen ein? I'm worn and painted by the sun And it's in my eyes And it's in my eyes Caught by the rapture of the dawn And a restless sky And a restless sky This is my life This is my life This is the way to find my own This is my life This is my life This is the world where I belong I'm rolling on I'm rolling on Kein Kommentar Tinnitus ist ja bekanntermaßen ein Zeichen von Überlastung Oberbürgermeister Janssen befindet sich im Urlaub und Sie platzen gerade in ein Privatgespräch zwischen meinem Sohn und mir Müssen wir uns um unseren Oberbürgermeister Sorgen machen? Wenn ich ein Wort davon in Ihrer Zeitung lese, verklage ich Sie Ich denke, der Paragraf 201 der StGW dürfte Ihnen geläufig sein Also besonders beeindruckt von deiner Drohung schien er nicht Das war ein Versuch wert Was ist denn das überhaupt für ein Paragraf? Was ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes? Und der gilt auch für Journalisten Was musstest du mich auch provozieren? Sonst wäre mir gar nicht rausgerutscht, dass Thomas krank ist Ich hab dich nicht provoziert Ich hab einfach nur mit den Leuten gesprochen und Bürgerstimme an dich herangetragen Wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du in der Politik falsch Du bist ein richtiger Klugscheißer Und der Janssen hat tatsächlich einen Tinnitus? Ich werde jetzt auf meinem Weg zur Handwerkskammer beim Heideeche vorbeigehen und mir diesen Chefredakteur vorknöpfen Ja, ich drück dir die Daumen, aber die lassen sich so eine Story sicher nicht nehmen Darf ich? Entschuldige, ich... Ich weiß auch nicht, was da gerade mit mir los war Ich... Hey, schon vergessen Die letzten Tage Dieses Auf und Ab der Gefühle Die Angst um Mika und dann dich wiederzusehen nach 20 Jahren Ich glaube, ich bin sentimental geworden Es ist schon gut Versprochen Ich verstehe dich, du Ich war zwischendurch kurz vorm Durchdrehen So wie damals Mariana Ich muss wieder zu Mika Na, was machst du? Arne, ich bin hier hinten am Arbeiten Eure Online-Bestellungen, die waren gar nicht auf, ne? Ja, zum Glück Ah, aber die kannst du noch nicht mitnehmen Die habe ich noch nicht fertig gepackt Ich muss erst diese Cupcakes für den Kindergeburtstag fertig machen Ja Ich bin auch gar nicht hier, um Pakete abzuholen Es geht um den Großkundentarif für Versandpreise, den ich für euch aushandeln wollte Damit würden Sigrid und ich wirklich eine Menge Geld sparen Es war eine tolle Idee von dir Klappt aber leider nicht Hat dein Chef den Tarif für uns abgelehnt? Ich bin gar nicht bis zu ihm vorgedrungen Sein Vorzimmerdrache hat mich abgeblockt Ach Der Chef redet nicht mit Zustellern Das ist ja eine sympathische Firmenpolitik Ja Ich hätte euch gerne einen Rabatt ausgehandelt Das ist Versuch, das war auf jeden Fall nett von dir Ich erkundige mich nochmal, welche Bedingungen man als Großkunde erfüllen muss Okay Vielleicht geht's ja auch auf offiziellem Weg mit dem Rabatt Sehr Ist ja immer noch da Ich wollte mich bei dir entschuldigen Ich hab das vorher nicht so gemeint Was denn jetzt genau? Was ich dir vorgeworfen habe, dass du mein Leben absichtlich zerstören willst War natürlich Unsinn War's das? Da sind die Emotionen mit mir durchgegangen Das verstehst du doch sicherlich Ich hab so oft versucht, Verständnis für dich aufzubringen Du hast eine Woche, um Papa die Wahrheit zu sagen Ja, ich weiß Werde ich auch tun Die volle Wahrheit Versprochen In Ordnung Ist wirklich unglaublich Du reagierst immer erst dann Wenn's keinen anderen Ausweg mehr gibt Ich bereue sehr, was damals passiert ist Es ist nichts passiert Du hast es passieren lassen Du hast mich gegen deine tote Tochter ausgetauscht Du kannst doch dein Leben jetzt nicht einfach weiterführen Als wäre nichts passiert Ich sage ja, ich rede mit Hartmut Danach wird mein Leben sicher nicht mehr so wie vorher Was willst du denn noch? Der Star-Produzent Richie Sky will mit Ihnen ein Album aufnehmen Rüdiger will mich nach Los Angeles holen Ihr, wenn das kein Freundschaftsbeweis ist Mehr Anerkennung geht ja wohl nicht Tja, was der Mann anpackt, wird zu Gold Wenn nicht sogar zu Platin Das Ganze soll nicht in irgendeiner Hinterhof-Klitsche produziert werden Sondern in einem der Top-Studios von Los Angeles Dann ist das ja wohl die größte musikalische Chance Ihres Lebens Ja Kommt aber leider zum denkbar falschen Zeitpunkt Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun, als mit Ihrem ehemaligen Bandkollegen die Charts zu stürmen? Also ich stehe bei einem anderen Freund im Wort Ja, ich kann also Peer jetzt nicht im Stich lassen Wegen Mika? Ja, ich habe ihm versprochen Ihm in der Rösterei den Rücken freizuhalten Bis es mega besser geht Aber meinen Sie nicht, dass ich für die Rösterei Übergangsweise eine andere Lösung finden lässt? Ja Keine, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann Er braucht mich Und ich bin natürlich für ihn da So einen Freund wie Sie kann man sich nur wünschen Aber was wird denn jetzt aus Los Angeles? Meinen Sie, Richie kann die Aufnahmen zum Album verschieben? Also ich werde Rüdiger offen sagen, was Sache ist Und das Weitere werden wir sehen Die Adeligen Gäste sind in den Suiten im Westflügel und zweiten Stock untergebracht Die mitreisenden Bediensteten habe ich auf die Zimmer im ersten Stock verteilt Achso, ja, das ist die Suite von Graf Orsini Und daneben die von Baron von Kallenstein, Nebstgattin Ansonsten erklärt sich der Belegungsplan, denke ich, von selbst Herr Flickenschild Herr Lichtnagen Sie wollen Graf Orsini neben Baron von Kallenstein unterbringen? Ja, selbstverständlich Die beiden saßen auch auf Leos Hochzeit An einem Tisch, ich muss es wissen Ich war der Trauzeuge Ja, ja, das ist über ein Jahr her und seitdem ist viel passiert Also angeblich hatte Graf Orsini während des Formel-1-Ranns von Monaco Eine kurze Affäre mit der Baronin von Kallenstein Ach Also von daher wäre es angebracht, dass die beiden Herren so weit wie möglich auseinander untergebracht werden Von daher sollten Sie Ihren Belegungsplan nochmal überdenken Ach ja, und was die Unterbringung der Angehörigen der verfeindeten Familien betrifft Sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht auf einem Stockwerk landen Schließlich wollen wir ja Ruhe und Frieden auf unseren Fluren Ich werde das natürlich so schnell wie möglich korrigieren Also weiterhin nichts tun, ja? Ja, einfach abwarten Trotzdem danke Danke Wofür? Keine Ich gehe wieder zu Mika Ich komme gleich nach, ja? Na, verlaufen Ich suche die Kinderstation Viele, viele bunte Cupcakes für einen Kindergeburtstag Einmal da runter und rechts Wie geht's, Mika? Nichts Neues Soll ich mitkommen und wir trinken einen Kaffee oder was auch immer aus diesem Automaten rauskommt? Gerne Gut Was mache ich nur mit dir? Die kleine Narbe an deinem Daumen Die sieht man fast nicht mehr Weißt du das noch? Wie du das Floß gebaut hast Da warst du gerade mal acht Und du hast dir so auf den Finger gehauen, dass ich gehofft habe, das würde dich von deinen Plänen abbringen Ich habe mir ein Boot geliehen Und war bereit, dich jederzeit rauszufischen Aber du hast es ans andere Ufer geschafft Damals hast du mir zum ersten Mal verboten, mir Sorgen um dich zu machen Wie geht es Kaya? Sie ist ziemlich am Ende mit ihren Nerven Diese Warterei, das macht sie wahnsinnig Genau wie dich Total Und immer wieder kommen diese Bilder von damals zu Janne in seinem Bettchen Wohl alles ganz anders war damals Hey Diesmal geht es gut aus Ich habe sie versprochen Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht Wenn du in deinem Zelt geschlafen hast wie ein Murmeltier Mika 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 Wir brauchen Hilfe Ich weiß nicht, er hat plötzlich angefangen zu zocken Gehen Sie bitte raus Ich bin für dich da Es gibt zu viel, was ich dir sagen muss Mika Er kommt schnell in die Garten, Krampf an Fall Dann bitte schicken Sie mir noch die Tracklist des Streichquartetts Die Liste der zu spielenden Lieder Ja, genau Wunderbar, vielen Dank Tschüss Hey Na, wie läuft es mit deiner Taufe? Es läuft perfekt Das Streichquartett ist gebucht Und das Acht-Gänge-Menü ist mit Carla auf alle Vorlieben und Allergien der adeligen Gesellschaft Abgestimmt Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Chauffeure für den Shuttle-Service Und den Zimmerbelegungsplan muss ich nochmal neu machen Aber an dem Plan saßt du da schon so lange Er war auch perfekt Und dann kommt Herr Flickenschild und zerschließt mir alles mit Gerüchten aus der Klatschpresse Oh, zu Recht? Auf jeden Fall zu spät Ich darf mich jetzt hinsetzen und nochmal alles von vorne anfangen Naja, vielleicht hättest du Herrn Flickenschild einfach früher eigentlich Sag mal, auf wessen Seite stehst du? Na, auf deiner natürlich Hallo Frau Silva? Hallo Herr Lechtenhange, ich habe im Internet gesehen, dass Sie Fahrer suchen Für irgendeine Veranstaltung Also, ein paar Euro extra könnte ich gut gebrauchen Wir haben tatsächlich gerade eben darüber gesprochen Wir brauchen allerdings qualifizierte Chauffeure und keine Lieferfahrer Ich glaube, Sie sind nicht böse Ich habe meinen Personenbeförderungsschein schon seit Studienzeiten Ich fahre jeden Tag über 100 Kilometer für Spedito, unfallfrei Mein dunkler Anzug hängt in meinem Schrank, also Ja, aber das klingt doch großartig Dann schicken Sie mir eine kurze Bewerbung und alles wird gut Hauptsache, Sie zahlen anständig Deutlich über Tariflohn Gut Dann haben Sie heute Nachmittag meine Bewerbung vorliegen Wunderbar, ich freue mich Danke Tschüss Sag mal, warum muss Herr Fries sich bei dir bewerben? Du kennst ihn doch Ach, das ist doch eine Formsache für ein Flickenschild zur Abrechnung und so Ach, Vater, Mensch, du warst beim Heideecho Ja Die bringen die Tinnitus-Story, habe ich recht? Dieser Chefredakteur ist ein ganz abgebrühter Hund Die Geschichte ist schon online Moment mal, wer hat Tinnitus? Herr Jansen hat Tinnitus Theo, kannst du nicht einfach die Klappe halten? Ist doch schon online, also kann ich es ja auch erzählen Na gut, also dann will ich mal meinen Gang nach Canossa antreten und mein Fauxpas beichten Gute Besserung für Herrn Jansen Von mir auch Der holt sich jetzt einen Einlauf Komm, lass uns gehen Ah, ich will das Fahrrad mitnehmen, ich lass es am Bahnhof stehen als Werbung Das war eine gute Idee Jetzt tun Sie doch endlich fahren! Bleiben Sie zurück! Lika, ja gut! Lass mich nicht! Der Anfall ist doch schon gerade vorbei, siehst du? Ich habe ihm gerade ein krampflösendes Mittel injiziert Brauchen Sie was zur Beruhigung? Ich glaube nicht, oder? Sie haben das schon mal erlebt Ein Sohn verloren, plötzlicher Kindstod Das tut mir sehr leid Die Anfälle sind vermutlich durch Stress ausgelöst worden Der Körper steht durch die Infektion unter Stress Lika, wir sind hier Lika, wir sind hier Können wir uns hören? Er ist nicht bei Bewusstsein Vermutlich eine Neurokardiologe-Synkope, die mit Krampfeinfällen anhergeht Vermutlich? Sie sind Ärztin, Sie müssen sowas wissen! Die Auswirkungen einer Inzifelmonitis sind unberechenbar Wir werden ihm nochmal hochdosiert Corticoide geben Entschuldigung Danke Ich wäre am liebsten mit Peer und Kaya zu Mika gerannt Dann weißt du gar nicht, was das für Krämpfe waren, die der Junge hatte? Ich hoffe, dass Peer sich bald bei mir meldet Masern Eine komplizierte Hirnhautentzündung, die bereits das Rückenmark angegriffen hat Das ist doch alles nicht wahr Mika ist jung, er ist Triathlet und er ist bei Britta in den besten Händen Er schafft das Ja, das habe ich Peer auch gesagt, aber... Kein Aber Mika schafft das Sein Zustand verschlechtert sich kontinuierlich Peer ist so verzweifelt Es zerreißt ihn, dass er nichts tun kann Er weiß, dass du immer für ihn da bist, wenn er dich braucht Ja Und bis dahin musst du dich einfach mit Arbeit ablenken, hilft ja nichts Aber es erscheint mir alles so unwichtig auf einmal Wenn Zwanche nur endlich schon hier wäre Hast du nochmal was von ihr gehört? Ach, das Bodenpersonal am Flughafen in Mexiko streikt immer noch Das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie endlich bei Mika ist Ja, und sie würde besser damit klarkommen, wenn ich ihr sagen könnte, dass er auf dem Weg der Besserung ist Weiß ich denn gar nicht, wie schlecht sein Zustand wirklich ist? Ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein, ohne sie in Panik zu versetzen Wie kommen die da rauf? Das gibt's doch gar nicht, komm rein Im Rathaus muss es irgendeine undichte Stelle geben Hast du die Swipper-Nachricht vom Heide Echo Online bekommen? Ja, natürlich Überforderter Stellvertreter sagt nach Panikwache Stadtteilfest ab Schlimmer ist das hier, Jansen ist nicht im Urlaub, wie offiziell verlautbart Er kämpft gegen einen Tinnitus an Also wenn ich rauskriege, wer da rumgetratscht hat, der kann was erleben Dann fang mal an Du! Ja, nicht absichtlich Dieser dreiste Journalist hat ein Privatgespräch zwischen mir und Theo gehört Der wo? In der Altstadt Wie du redest in aller Öffentlichkeit über meinen Tinnitus? Nicht in der Öffentlichkeit, nur Theo und ich Und dieser Schmierfeng vom Heide Echo Ich hatte dich gebeten, über meinen Zustand die Klappe zu halten Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber... Nichts aber! Er ist das vorherlich abgesagte Stadtteilfest und jetzt bringst du auch noch meine Krankheit in die Presse Ich hab versucht, Druck auf den Chefredakteur auszuüben, aber der lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken Ja, natürlich nicht Das ist ein gefundenes Fressen für ihn Ich bin ab morgen wieder im Amt Dann stimmt die Presse noch einen Abgesang auf mich an von wegen arbeitsunfähig und so weiter Du bist krank Ja, und du hast dafür gesorgt, dass es jeder weiß Schade, ich hätte gedacht, Arne könnte bei Spedito irgendwas drehen, dass wir diesen Rabatt bekommen Äh, wie bitte? Was starrst du denn pausenlos auf dein Handy? Ähm, ich habe mir die AGBs von Spedito nochmal angeguckt Also leider reicht unser Paketaufkommen für den Großkundentarif nicht Ja, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwo anders einsparen können Diese Versandkosten fressen einen großen Teil unseres Gewinns Ja, wir müssen einfach mehr Umsatz machen Ja, aber wie? Willst du die Preise erhöhen? Da machen unsere Kunden nicht mit Vielleicht sollten wir unser Online-Angebot einfach erweitern Also noch haben wir nicht alle Torten und Cupcakes als Backmischungen im Sortiment Ja, aber unsere Topseller Na, die müssen sich halt online einfach besser verkaufen Schwierig Unsere Kundinnen sind hauptsächlich ambitionierte Hausfrauen, die zwar die Rezepte nachbacken, aber weniger Fertigmischungen kaufen Heißt, wir müssen eine neue Zielgruppe akquirieren Sowas wie backfreudige, experimentierfreudige Neulinge Ja, aber wie willst du Backanfänger auf unsere Seite bekommen? Mit einem auf sie zugeschnittenen Tutorial Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die selbst bei Fertigmischungen Berührungsängste haben Also so eine Art Instant-Backen für Einsteiger? Ja, sowas in der Art Wow, gute Idee Das machen wir Ich glaube nur, dass so ein Tutorial unglaubwürdig wirkt, wenn wir als Profis denen was vorbacken Also muss ein echter Anfänger ran Ja Moin, moin Backförmchen-Nachschub, wenn ich den Absender richtig tue Da haben wir unsere Traumbesetzung Redet ihr von mir? Hast du nachher schon was vor? Bist du verrückt, Thomas? Du kannst morgen auf keinen Fall schon wieder arbeiten gehen Es ist schlimm genug, dass du nicht auf Frau Dr. Berger gehört hast Die wollte dich nämlich krankschreiben Ja, was soll ich denn machen, nachdem mich Torben so reingerissen hat? Das hat er doch nicht mit Absicht getan Ach egal, sowas darf nicht passieren Er ist doch kein Politanfänger mehr Jetzt reg dich doch nicht schon wieder auf Als Rechtsanwalt muss er sensible Informationen für sich behalten können Kaum ist er mein Stellvertreter, schon tratscht er auf offener Straße Geheimnisse Wird das Pfeifen wieder stärker? Und du willst morgen arbeiten? Von wollen ist keine Rede Ja genau, es geht hier um deine Gesundheit Ich meine, du merkst doch selbst, dass jede Art von Stress Gift für dich ist Ich hatte gehofft, die bekommen in der Eppendorfer Klinik, das weggeht Du bist lustig doch nicht beim ersten Termin Ja, aber auch nicht beim zehnten oder zwanzigsten Ja, was sagen denn die Fachärzte überhaupt zu deinem Fall? Ich soll ein Retraining machen Ich soll lernen, mit dem Pfeifen umzugehen Das klingt suboptimal Ich will aber damit nicht umgehen Ich will das Pfeifen loshaben Aber Da stehen die Chancen wohl gering Ja, eher null Na ja, ich meine Du solltest den Stress, den du im Rathaus hast, vergessen Und versuchen, dich zu entspannen, zu erholen Tom schafft das Er lernt schnell Vor allem aus solchen Patzern Oh, also wenn du noch Zeit hast, die Klatschpresse zu lesen, dann kann dein neuer Tag hier oben nicht so anstrengend sein Ich mache das nicht freiwillig Ich glaube das eigentliche Problem ist, dass du zu Lange dein eigener Chef gewesen bist Nein, das ist kein Problem, das ist die beste Voraussetzung für eigenverantwortliches Arbeiten Ja, aber du kannst nicht immer genervt reagieren, weil er gerade wissen möchte, was der Stand ist Er soll mich halt einfach machen lassen, ich bin nicht genervt Ja, aber dafür braucht er Vertrauen Und dieses Vertrauen, das musst du dir erarbeiten Theo Du arbeitest jetzt in einem Unternehmen Dort gibt es Hierarchien Du musst es einfach akzeptieren Das ist aber keine Leib-Eigenschaft Dann kündige Du bist ja noch in der Probezeit Aber ich dachte eigentlich, dass dieser Job dir sehr viel Spaß bringt Das bringt er ja auch Repräsentieren, organisieren ist ja genau mein Ding Und es gibt kein Bürokram, keine Buchhaltung So wie in der Selbstständigkeit Also wenn ich es mir genau übergebe, dann bin ich ein bisschen neidisch auf deine Festanstellung Aber ein omnipräsenter Boss Ein sehr guter und ein sehr fairer Chef Das ist Herr Flickenschild Und so sage ich aus eigener Art auch Bitte Herzlich willkommen zum Tutorial von Sigrid und Helens Backshop Ähm, äh, stopp Helens und Sigrid Ja Und bitte Herzlich willkommen zum Tutorial von Helens und Sigrid's Backshop Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach es ist mit unseren Backmischungen Leckeren Kuchen zu zaubern Sogar für blutige Anfänger Und so einen haben wir uns heute eingeladen Arne Du backst heute wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben Ja, ich backe zum ersten Mal, Sigrid Ey Zum allerersten Mal Stopp Sag mal, wollt ihr diesen Ductus von Home Shopping Sendern wirklich eins zu eins übernehmen? Aber Helen, diese Sender haben eine enorme Einschaltquote, stimmt Sigrid? Ja, Arne Und es macht auch richtig Spaß Helen Nein Ich glaube, dass unsere Kunden sich total veralbert vorkommen Ja Okay, du hast ja recht Okay, wir machen jetzt Okay, ohne Arne, Sigrid, Arne, Sigrid, Arne, Sigrid Ja, aber trotzdem mit so viel Spaß, ja Ja, warte, warte, warte Okay So Los geht's Und Bitte So kommen unsere Backmischungen bei Ihnen zu Hause an Alle Zutaten, die Sie für Ihren Kuchen brauchen, haben wir bereits für Sie zusammengestellt Und wie Sie diese Schritt für Schritt verarbeiten, das zeigen wir Ihnen jetzt Moment, da fehlt der Puderzucker Aber Ja, ich bin von dieser Ah, wie der duftet, he? Schmeckt ausgezeichnet. Das ist doch bei eurer Backen schon gar kein Wunder. Die ist idiotensicher. Das war auch die Idee. Danke, dass du mitgespielt hast. Dann schneide ich den Film fertig und dann stellen wir das Back-Tutorial online. So machen wir es, Helen. Ja? Hey, ich habe gehofft, dass ich dich hier erwische. Komm rein, ich gönne mir gerade eine Pause. Oh, die sind für mich? Dankeschön. Ja, warum sollen immer nur Patientenblumen bekommen? Oh, die sind wirklich sehr schön. Und deinem antiseptischen Zimmer tun sie auch gut. Ja. Du siehst erschöpft aus. Manche Patientenfälle bringen das so mit sich. Du darfst nicht drüber reden, nicht wahr? Die Eltern meines Patienten haben vor vielen Jahren schon einen Sohn verloren und jetzt machen sie sich Sorgen um den Zweiten. So einen Schock wird man nie richtig los. Und ich dachte schon, dass dir Hannelores Vorwürfe noch nachhängen. Sie war vorhin hier, es war katastrophal und dann hat sie sich entschuldigt auf ihre ganz eigene Weise. Von Einsicht keine Spur. Aber sie wird doch ihren Mann jetzt selbst die Wahrheit sagen, oder? Ja, aber nur, weil ich es sonst tue. Ich bin dieses Taktieren so leid und den Umgang mit ihr. Es ist sinnlos und ermüdend. Überleg dir gut, ob du in deinem Leben auf sie verzichten möchtest. Es würde vieles einfacher machen. Das sagst du jetzt. Aber glaube mir, auf einen Menschen, der immer zu deinem Leben gehörte, kannst du nicht so einfach verzichten. Er ist bewusstlos, Peer. Ich verstehe einfach nicht, warum die Ärzte ihm nicht helfen können. Aber das tun sie doch. Sein Fieber ist bereits zurückgegangen. Sein Immunsystem erholt sich auch keine. Sie bekämpfen einfach nur die Symptome. Davon wird Mika nicht wieder gesund. Doch, er wird gesund. Dr. Berger hat uns erklärt, dass die Entzündungen durch die Medikamente zurückgehen. Das reicht aber nicht. Es muss irgendein Mittel gegen dieses Virus geben. Es gibt mittlerweile gegen alles ein Medikament. Dann wird es bekommen. Vielleicht kennt die Frau Dr. Berger sich auch einfach nicht so besonders gut aus. Vielleicht ist das ganze deutsche Gesundheitssystem einfach so weit hinterher. Vielleicht bist du einfach auch nur übernerviss. Kai, ich verstehe deine Bedingungen. Aber ich glaube, dass der Junge hier... Du hast mir versprochen, dass uns nicht nochmal das Gleiche passiert, wie mit Janne damals. Jetzt tu endlich irgendwas! Du hast mir bitte auch so eine Vitaminbombe. Ja, die Damen, hallo. Herr Lüder, hallo. Danke viel. Haben Sie denn jetzt Richie Sky abgesagt? Richie Sky, der berühmte Musikproduzent. Ja, ein Bandkollege von mir aus Rainy Birds Zeiten wollte mit mir ein Album aufnehmen. Wow. Ja, wow ist, dass Herr Lüder das Angebot abgesagt hat, weil er Peer nicht allein lassen will, solange Mika krank ist. Ja, also Rüdig hat das verstanden, aber war doch schon etwas enttäuscht. Und Sie nicht? Ja, doch, ein bisschen vielleicht. Aber wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Also wenn Mr. Sky auch nur halbwegs so fit ist wie Sie, dann werden Sie noch jede Menge Gelegenheit dafür haben. Jetzt reden Sie schon wie Rüdiger, der alte Optimist. Also mit einem Rockstar lasse ich mich doch gerne vergleichen. Ja, bei einem unserer ersten Rainy Birds Konzerte, da hatten wir am Anfang nur fünf Zuschauer. Wir wurden das Konzert schon absagen. Aber Rüdiger hat den Verstärker voll aufgedreht und uns zum Spielen überredet und am Ende war der Saal voll. Wow. Ja. Na, so viel Zuversicht ist wirklich beneidenswert. Ja, der Mann glaubt einfach an sein Glück. Vorhin genauso. Ja, er ist davon überzeugt, dass der Junge wieder fit wird und ich dann rechtzeitig nach Los Angeles fliegen kann. Also Sie glauben nicht, wie sehr ich mir wünsche, dass er recht behält. Ja. Für Mika, Peer und Kaya und auch für Svante. Na dann, auf Mikas Gesundheit. Auf Mika. Ja, natürlich übernehme ich den Dienst für Dirk, wenn sonst keiner kann. Klar. Okay. Bis dann. Ciao. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Lili nicht die ganze Wahrheit gesagt hast. Du sollst jetzt aber nicht denken, dass du dir Lilis Liebe in Zukunft erkaufen musst. Ich will ihr einfach eine Freude bereiten. Und natürlich hoffe ich, dass ihr mich nicht vergisst, wenn ich wieder in London bin. Ich bin dir sehr dankbar. Ja, Thies, machen Sie mir bitte die Rechnung. Ich möchte gerne auschecken. Sagen Sie, ist bei Ihnen ein hellgrauer Seidenschal abgegeben worden? Hm, schon gut. Danke. Danke. Okay. Ich will dich nicht verlieren. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, lass uns einen Test machen. Einen richtigen Gentest. Wir müssen keinen zweiten Test machen. Ich bin nicht deine Mutter. Ich bin nicht deine Mutter. Ich bin nicht deine Mutter. Hey. Hey. Na, hast du deiner Tochter Konkurrenz? Ich habe mit Sigrid ein Bug-Tutorial für unseren Online-Shop gedreht. Und jetzt bringe ich die Kamera zurück ins WG. Klingt spannend. Wie geht's ihm? Dr. Berger meinte, besiegt das Virus. Und was meinst du? Ich vertraue den Ärzten. Und Mika. Ehrlich gesagt mache ich mir gerade um Kaya viel mehr Sorgen. Sie ist kurz davor durchzudringen. Es tut mir leid. Ach Helen, ich weiß gar nicht mal, was ich ihr sagen soll. Naja, dir geht ja auch langsam die Kraft aus. Sieht man das? Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie Kraft geben. Das tust du. Aber können Sie mir sagen, wann? Aber können Sie mir sagen, wann? Also, ich habe Sie vor ein paar Minuten mit Ihrem Gepäck in ein Taxi steigen sehen. Dankeschön. Aber ich weiß nicht. Gern geschehen. Herr Flickenschild. Herr Richtenhagen. Das ist der korrigierte Zimmerbelegungsplan der Rodenbergtaufe. So schnell? Sie hatten natürlich recht, die Korrekturwunsch war absolut berechtigt. Die Affäre hat stattgefunden. Haben Sie daran gezweifelt? Nein, ich habe nur meine Wissenslücken in der Klatschpresse aufgefüllt. Es war sehr aufschlussreich. Es wäre natürlich wirklich was gewesen, wenn wir den betrogenen Baron und seinen Nebenwuhler nebeneinander einquartiert hätten. Am Ende hätte es nur ein Duell gegeben. Und solche Presse braucht es drei Könige wirklich nicht. Ja. In der Tat, also der Plan ist für mich soweit in Ordnung. Soweit? Die adeligen Herrschaften sollen ja bisweilen etwas pedantisch sein, was die Hierarchien angeht. Also achten Sie bitte darauf, dass die Quadratmeterzahl der vergebenen Suiten standesgemäß verteilt wird. Der Quadratmeter-Check ist schon in Auftrag gegeben. In Auftrag gegeben heißt noch nicht ausgeführt. Also kümmern Sie sich persönlich darum. Sehr gern. Hey. Hey, war in der WG niemand zu Hause? Äh, wolltest du nicht zwanziges Kamera zurückbringen? Hab ich vergessen. Ach, ist vielleicht doch ganz gut so. Wer weiß, ob wir nicht nochmal was nachdrehen müssen. Wieso bist du denn mit unserem Tutorial nicht zufrieden? Doch, im Prinzip schon, Arne, war klasse. Aber wer weiß, wie ich rüberkomme. Also, Fishing for Compliments, oder was wird das hier? Du warst großartig, charmant, witzig. Es war ganz großes Kino, Sigrid. Danke, Helen. Von dir hab ich nichts anderes erwartet. Aber, dass Arne sich so reinhängt, das hat mich schon überrascht. Ja, so kennen wir ihn von früher. Immer gut drauf und hilfsbereit. Ja, vielleicht findet er jetzt endlich nach den ganzen Turbulenzen wieder zu sich selbst. Und damit auch zu dir. Ich meine, als Freund. Das wollt ihr doch. Ja, heute sah es so aus, als wäre das wirklich möglich. Jetzt darfst du unser Tutorial nur nicht im Schnitt verhauen. Na hör mal zu, da arbeite ich mich rein. Das heißt, unser Video geht nächstes Jahr online. Also, du unterschätzt mich. Ich habe ein Online-Tutorial gefunden, das zeigt, wie man Online-Tutorials schneidet. O-M-G. Dann steht unserer Neukunden-Akkrise ja nichts mehr im Weg. Du sagst es. So. 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 Auslandsendung für Ihre Frau. Wahrscheinlich Fetakäse. Ja, stimmt, Griechenland. Oh, berichtet das Regionalfernsehen über Sie? Ich halte mich nur auf dem Laufenden. Was ich von meinen Kunden so höre, ist es ja nicht besonders gut angekommen, dass Sie das Stadtteil festgekippt haben. Ja, weil das Unwetter an Lüneburg vorbeigezogen ist, schon klar. Ja, schadet Ihnen das eigentlich auch? Zumindest Ihrem Ruf als Anwalt solche Polizschleppen? Also bei mir jedenfalls, da war das so ein Fehler und mein Image war komplett ruiniert. Ja, das kann man ja wohl schlecht vergleichen. Mir ist es lieber, die Leute sind sauer auf mich, weil ich übervorsichtig war, als dass man jemand verletzt unter einem umgestürzten Baum hervorziehen muss. Was macht Thomas denn da? Ich glaube, der hält eine Ansprache. Wie Sie unschwer erkennen, bin ich entgegen aller Medienberichte nicht ernstlich krank. Ich habe einen Tinnitus. Das ist nicht lebensbedrohlich, aber ausgesprochen lästig. Darum nutze ich meinen Urlaub zur Entspannung, um mich danach wieder erholt meinen Aufgaben widmen zu können. Jetzt kriege ich garantiert mein Pferd weg. Bis dahin belasse ich die Amtsgeschäfte vertrauensvoll in den Händen von Bürgermeister Lichtenhagen. Seine Entscheidung, das Stadtteilfest in Ort Missen abzusagen, war nicht unbedingt populär, aber in Anbetracht der offiziell angekündigten Wetterlage angemessen und richtig. Darum bitte ich Sie weiterhin Bürgermeister Lichtenhagen, ihr Vertrauen entgegenzubringen. Er wird die Amtsgeschäfte im Sinne der Stadt und zum Wohle der Bürger leiten. Hast du noch mehr? Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tja, damit sind Sie rehabilitiert. Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir derart den Rücken stärkt. Ich muss dann wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. clip din. mates 1 2 2 1 5 3 4 2 5 5 6 Den hast du bei mir vergessen. Danke. Freut mich. Dich nur mal zu sehen. Wir werden uns auch wiedersehen. Wirklich? Nicht in nächster Zeit. Aber wenn sich alles beruhigt hat. Wenn ich mich beruhigt habe. Wäre schön. Du hast mich großgezogen. Und du bist Lilly eine gute Oma. Und dafür bin ich dir dankbar, trotz allem. Auch wenn in Zukunft nichts mehr so sein wird, wie es war. Ich werde dich überlegen. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ist das dein Ernst? Du willst ihn um die halbe Welt fliegen lassen? In dem Zustand? Sein Zustand bessert sich hier nicht. Er ist seit diesem schrecklichen Krampfanfall bewusstlos. Dr. Green glaubt, dass es ihm schon viel besser gehen würde, wenn er diese antiviralen Infusionen bekommen hätte. Komm mit nach Toronto. Wenn Mika aufwacht, wird er sich freuen, wenn du da bist. Kaya, das ist nicht das Problem. Ich steige sofort in den Flieger. Aber ich habe einfach Angst, dass er die Reise nicht übersteht. Und ich habe Angst, dass ihm hier nicht geholfen wird. Lass ihn hier. Bitte. Ich werde ihn auf jeden Fall verlegen lassen, ob du mitkommst oder nicht. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich mein Veto einlege? Ich bin immerhin sein Vater. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Doch. Das kann ich. Ich habe schon mit der Krankenhausverwaltung gesprochen. Eine Vorsorge, Frühmacht? Die hat Mika unterzeichnet, bevor er das letzte Mal in die Rockies klettern gegangen ist. Ich habe sie mir zu Hause einscannen und mailen lassen. Du riskierst dein Leben, Kaya. Mach das nicht. Bitte. Ich habe Sie auf all diesen Fotos, die an der sich der Hochzeit veröffentlicht wurden, nicht gesehen. Und auch in keiner Pressemitteilung wurden Sie erwähnt. Ich war sozusagen der gefühlte Trauzeuger. Die Schwindelei ist Gift für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es tut mir sehr leid, dass durch mich dein Tinnitus bekannt geworden ist. Das war wirklich ein dummer Zufall. Ja, ich glaube dir. Dieser Journalist schleicht sich einfach von hinten an Theo und mich heran und belauscht uns. Naja, jetzt wissen die Leute Bescheid. Ihr Oberbürgermeister hat die Tinnitus und ist auch gut so. Hättet ihr das nicht erzählt? Richie wollte mit ihm ein neues Album aufnehmen. Ein Comeback der Rainy Birds. Warum erzählt er mir davon nichts? Er will dich in deiner Situation nicht allein lassen. Du weißt, mehr Anerkennung geht ja wohl nicht. Ja, was der Mann anpackt, wird zu Gold. Wenn nicht sogar zu Platin. Das Ganze soll nicht in irgendeiner Hinterhof-Klitsche produziert werden, sondern in einem der Top-Studios von Los Angeles. Dann ist das ja wohl die größte musikalische Chance Ihres Lebens. Ja, kommt aber leider zum denkbar falschen Zeitpunkt. Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun, als mit Ihrem ehemaligen Bandkollegen die Charts zu stürmen? Also ich stehe bei einem anderen Freund im Wort. Ja, ich kann also Peer jetzt nicht im Stich lassen. Wegen Mika? Ja, ich habe ihm versprochen, ihm in der Rösterei den Rücken freizuhalten, bis es Mika besser geht. Aber meinen Sie nicht, dass sich für die Rösterei übergangsweise eine andere Lösung finden lässt? Keine, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann. Er braucht mich. Und ich bin natürlich für ihn da. So einen Freund wie Sie kann man sich nur wünschen. Aber was wird denn jetzt aus Los Angeles? Meinen Sie, Richie kann die Aufnahmen zum Album verschieben? Also ich werde Rüdiger offen sagen, was Sache ist. Und das Weitere werden wir sehen. Die adeligen Gäste sind in den Suiten im Westflügel und zweiten Stock untergebracht. Die mitreisenden Bediensteten habe ich auf die Zimmer im ersten Stock verteilt. Ach so, ja, das ist die Suite von Graf Orsini. Und dann neben die von Baron von Kallenstein-Nebst-Gattin. Und sonst erklärt sich der Belegungsplan, denke ich, von selbst. Herr Flickenschild. Herr Lichtnagen. Sie wollen Graf Orsini neben Baron von Kallenstein unterbringen? Ja, selbstverständlich. Die beiden saßen auch auf Leos Hochzeit an einem Tisch. Ich muss es wissen, ich war der Trauzeuge. Ja, ja, das ist über ein Jahr her und seitdem ist viel passiert. Also angeblich hatte Graf Orsini während des Formel-1-Rangs von Monaco eine kurze Affäre mit der Baronin von Kallenstein. Ach, also von daher wäre es angebracht, dass die beiden Herren so weit wie möglich auseinander untergebracht werden. Von daher sollten Sie Ihren Belegungsplan nochmal überdenken. Ach ja, und was die Unterbringung der Angehörigen der verfeindeten Familien betrifft, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht auf einem Stockwerk landen. Schließlich wollen wir ja Ruhe und Frieden auf unseren Fluren. Ich werde das natürlich so schnell wie möglich korrigieren. Tun Sie das. Also weiterhin nichts tun, ja? Einfach abwarten. Ja, trotzdem danke. Danke. Wofür? Ich gehe wieder zu Mika. Ich komme gleich nach, ja? Na, verlaufen. Ich suche die Kinderstation. Viele, viele bunte Cupcakes für einen Kindergeburtstag. Einmal runter und rechts. Wie geht's, Mika? Nichts Neues. Soll ich mitkommen und wir trinken einen Kaffee oder was auch immer aus diesem Automaten rauskommt? Gerne. Gut. Was mache ich nur mit dir? Die kleine Narbe an deinem Daumen, die sieht man fast nicht mehr. Weißt du das noch? Wie du das Floß gebaut hast? Da warst du gerade mal acht. Du hast dir so auf den Finger gehauen, dass ich gehofft habe, das würde dich von deinen Plänen abbringen. Ich habe mir ein Boot geliehen und war bereit, dich jederzeit rauszufischen. Aber du hast es ans andere Ufer geschafft. Damals hast du mir zum ersten Mal verboten, mir Sorgen um dich zu machen. Wie geht es, Kaya? Sie ist ziemlich am Ende mit ihren Nerven. Diese Wartereie, das macht sie wahnsinnig. Genau wie dich. Total. Und immer wieder kommen diese Bilder von damals zu Janne in seinem Bettchen. Obwohl alles ganz anders war damals. Hey, diesmal geht es gut aus. Ich habe sie versprochen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, wenn du in deinem Zelt geschlafen hast wie ein Murmeltier. Mika. Mika? Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Mika! Was ist das passiert? Ich weiß nicht, er hat plötzlich angefangen zu zocken. Gehen Sie bitte raus. Ich bin für dich da. Es gibt zu viel, was ich dir sagen muss. Pella! Pella, komm schnell in die Gartenkrampfanfall! Ja, bitte schicken Sie mir noch die Tracklist des Streichquartetts. Die Liste der zu spielenden Lieder. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Hey. Na, wie läuft es mit deiner Taufe? Es läuft perfekt. Das Streichquartett ist gebucht und das Acht-Gänge-Menü ist mit Carla auf alle Vorlieben und Allergien der adeligen Gesellschaft abgestimmt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Chauffeure für den Shuttle-Service. Und den Zimmerbelegungsplan muss ich nochmal neu machen. Aber an dem Plan saßt du doch schon so lange. Er war... Ich fordere von dir eine Klarheit, die du mir verweigerst. Also fliege ich nach London und rede mit Papa. Warum willst du denn jetzt mein Leben zerstören? Du darfst nicht mit Hartmut reden! Oberbürgermeister Thomas Jansen ist nicht im Urlaub, sondern hat einen Hörsturz. Was fällt Ihnen ein? The morning painted by the sun and it's in my eyes and it's in my eyes Caught by the rapture of the dawn And arrest the sky And arrest the sky This is my life This is the way to find my own This is my life This is my life This is the world where I belong I'm rolling on, I'm rolling on Ich denke, der Paragraf 201 der StGB dürfte Ihnen geläufig sein Also besonders beeindruckt von deiner Drohung schien er nicht Das war ein Versuch wert Was ist denn das überhaupt für ein Paragraf 100? Was ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes? Und der gilt auch für Journalisten Was musstest du mich auch provozieren? Sonst wär mir gar nicht rausgerutscht, dass Thomas krank ist Ich hab dich nicht provoziert, ich hab einfach nur mit den Leuten gesprochen und Bürgerstimme an dich herangetragen Wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du in der Politik falsch Du bist ein richtiger Klugscheißer Und der Janssen hat tatsächlich einen Tinnitus? Ich werde jetzt auf meinem Weg zur Handwerkskammer beim Heideeche vorbeigehen Und mir diesen Chefredakteur vorknöpfen Ja, ich drück dir die Daumen, aber die lassen sich so ne Story sicher nicht nehmen Darf ich? Entschuldige, ich... Ich weiß auch nicht, was da grad mit mir los war Ich... Hey, schon vergessen Die letzten Tage Dieses Auf und Ab der Gefühle Die Angst um Mika und dann dich wiederzusehen nach 20 Jahren Ich glaub, ich bin... ...sentimental geworden Hey, es ist schon gut Versprochen Ich versteh dich, du Ich war zwischendurch kurz vorm Durchdrehen So wie damals Bei Jana Ich muss wieder zu Mika Na, was machst du? Ich bin hier hinten am Arbeiten Eure Online-Bestellungen, die waren gar nicht auf, ne? Ja, zum Glück Ah, aber die kannst du noch nicht mitnehmen, die hab ich noch nicht fertig gepackt Ich muss erst diese Cupcakes für den Kindergeburtstag fertig machen Ja Ich bin auch gar nicht hier, um Pakete abzuholen Es geht um den Großkundentarif für Versandpreise, den ich für euch aushandeln wollte Damit würden Sigrid und ich wirklich ne Menge Geld sparen Es war ne tolle Idee von dir Klappt aber leider nicht Hat dein Chef den Tarif für uns abgelehnt? Ich bin gar nicht bis zu ihm vorgedrungen Sein Vorzimmerdrache hat mich abgeblockt Der Chef redet nicht mit Zustellern Das ist ja ne sympathische Firmenpolitik Ja, ich hätte euch gerne einen Rabatt ausgehandelt Das ist Versuch, das war auf jeden Fall nett von dir Ich erkundige mich nochmal, welche Bedingungen man als Großkunde erfüllen muss Okay Vielleicht geht's ja auch auf offiziellem Weg mit dem Rabatt Mhm Sehr Wenn sich die kleine Hand sich dann ja auch herrscht Ein Kassistent für dieses Labor Ein Kassistent für dieses Labor Ist ja immer noch da Ich wollte mich bei dir entschuldigen Ich hab das vorher nicht so gemeint Was denn jetzt genau? Was ich dir vorgeworfen habe, dass du mein Leben absichtlich zerschwören willst Das war natürlich Unsinn War's das? Sind die Emotionen mit mir durchgegangen, das verstehst du doch sicherlich Ich hab so oft versucht Verständnis für dich aufzubringen Du hast eine Woche, um Papa die Wahrheit zu sagen Ja, ich weiß Werde ich auch tun Die volle Wahrheit Versprochen In Ordnung Du bist wirklich unglaublich Du reagierst immer erst dann, wenn's keinen anderen Hausweg mehr gibt Ich bereue sehr, was damals passiert ist Es ist nichts passiert, du hast es passieren lassen Du hast mich gegen deine tote Tochter ausgetauscht Du kannst doch dein Leben jetzt nicht einfach weiterführen, als wäre nichts passiert Ich sage ja, ich rede mit Hartmut Danach wird mein Leben sicher nicht mehr so wie vorher Was willst du denn noch? Der Starproduzent Richie Sky will mit ihnen ein Album aufnehmen Rüdiger will mich nach Los Angeles holen Ich bin das kein Freundschaftsmit Vielleicht sollten wir unser Online-Angebot einfach erweitern Also noch haben wir nicht alle Torten und Cupcakes als Backmischungen im Sortiment Ja, aber unsere Topseller Na, die müssen sich halt online einfach besser verkaufen Schwierig, unsere Kundinnen sind hauptsächlich ambitionierte Hausfrauen Die zwar die Rezepte nachbacken, aber weniger Fertigmischungen kaufen Heißt, wir müssen eine neue Zielgruppe akquirieren Sowas wie backfreudige, experimentierfreudige Neulinge Ja, aber wie willst du Backanfänger auf unsere Seite bekommen? Mit einem auf sie zugeschnittenen Tutorial Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die selbst bei Fertigmischungen Berührungsängste haben Also so eine Art Instant-Backen für Einsteiger? Ja, sowas in der Art Wow, gute Idee, das machen wir Ich glaube nur, dass so ein Tutorial unglaubwürdig wirkt, wenn wir als Profis denen was vorbacken Also muss ein echter Anfänger ran, ja Moin Moin Backförmchen Nachschub, wenn ich den Absender richtig tue Da haben wir unsere Traumbesetzung Redet ihr von mir? Hast du nachher schon was vor? Bist du verrückt, Thomas? Du kannst morgen auf keinen Fall schon wieder arbeiten gehen Es ist schlimm genug, dass du nicht auf Frau Dr. Berger gehört hast Die wollte dich nämlich krankschreiben Ja, was soll ich denn machen, nachdem mich Torben so reingerissen hat? Das hat er doch nicht mit Absicht getan Ach egal, sowas darf nicht passieren Er ist doch kein Polit-Anfänger mehr Jetzt reg dich doch nicht schon wieder auf Als Rechtsanwalt muss er sensible Informationen für sich behalten können Kaum ist er mein Stellvertreter, schon tratscht er auf offener Straße Geheimnisse Wird das Pfeifen wieder stärker? Und du willst morgen arbeiten? Von Wollen ist keine Rede Ja genau, es geht hier um deine Gesundheit Ich meine, du merkst doch selbst, dass jede Art von Stress Gift für dich ist Ich hatte gehofft, die bekommen in der Eppendorfer Klinik das weg hier Du beslust dich doch nicht beim ersten Termin Ja, aber auch nicht beim zehnten oder zwanzigsten Ja, was sagen denn die Fachärzte überhaupt zu deinem Fall? Ich soll ein Retraining machen, ich soll lernen mit dem Pfeifen umzugehen Das klingt suboptimal Ich will aber damit nicht umgehen, ich will das Pfeifen los haben Aber, da stehen die Chancen wohl gering Ja, eher null Na ja, ich meine, du solltest den Stress, den du im Rathaus hast vergessen Und versuchen dich zu entspannen, zu erholen Tom schafft das, er lernt schnell, vor allem aus solchen Potzern Oh, also wenn du noch Zeit hast, die Klatschpresse zu lesen, dann kann dein neuer Tag hier oben sooo anstrengend sein Ich mache das nicht freiwillig Allein? Herr Flickenschild zwingt dich? Naja, es ist nicht schlecht, die Geschichten der High Society zu kennen, wenn man ein Event für sie plant Was tut man nicht alles für seinen neuen Job? Jetzt will Herr Flickenschild auch noch, dass ich die Musikstücke für das Streichquartett mit ihm durchbespreche Na und, ist das ein Problem? Ich fühle mich bevormoniert Schau mal, er kann bei dieser Taufe nicht dabei sein Es ist doch normal, dass er wissen möchte, was gerade so abläuft Hm? Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass du zu lange dein eigener Chef gewesen bist Nein, das ist kein Problem, das ist die beste Voraussetzung für eigenverantwortliches Arbeiten Ja, aber du kannst nicht immer genervt reagieren, nur weil er gerade wissen möchte, was der Stand ist Soll mich halt einfach machen lassen, ich bin nicht genug Ja, aber dafür braucht er Vertrauen und dieses Vertrauen, das musst du dir erarbeiten Theo, du arbeitest jetzt in einem Unternehmen Dort gibt es Hierarchien, du musst es einfach akzeptieren Das ist aber keine Leibeigenschaft Dann kündige, du bist ja noch in der Probezeit Aber ich dachte eigentlich, dass dieser Job dir sehr viel Spaß bringt Das bringt er ja auch, repräsentieren, organisieren ist ja genau mein Ding Und es gibt kein Bürokram, keine Buchhaltung, so wie in der Selbständigkeit Also wenn ich es mir genau überlege, dann bin ich ein bisschen neidisch auf deine Festanstellung Aber ein omnipräsenter Boss Ein sehr guter und ein sehr fairer Chef, das ist Herr Flickenscheid Und so sag ich aus eigener Erfahrung Bitte Herzlich Willkommen zum Tutorial von Sigrid und Helens Backshop Ähm, äh, stopp Helens und Sigrid Ja Und bitte Herzlich Willkommen zum Tutorial von Helens und Sigrids Backshop Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach es ist, mit unseren Backmischungen leckeren Kuchen zu zaubern Sogar für blutige Anfänger Und so einen haben wir uns heute eingeladen Arne, du backst heute wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben Ja, ich backe zum ersten Mal, Sigrid Ey Zum allerersten Mal Stopp! Sag mal, wollt ihr diesen Ductus von Homeshopping-Sendern wirklich eins zu eins übernehmen? Aber Helen, diese Sender haben eine enorme Einschaltquote, stimmt Sigrid? Ja, Arne, und es macht auch richtig Spaß, Helen Ich glaube, dass unsere Kunden sich total veralbert vorkommen Ja Okay, du hast ja recht Okay, wir machen jetzt... Okay, ohne Arne, Sigrid, Arne, Sigrid, Arne, Sigrid Ja, aber trotzdem mit so viel Spaß, ja? Ja, warte, warte, warte Okay So Los geht's Und... Bitte! So kommen unsere Backmischungen bei Ihnen zu Hause an Auch perfekt, und dann kommt Herr Flickenschild und zerschließt mir alles mit Gerüchten aus der Klatschpresse Oh, zu Recht? Auf jeden Fall zu spät, ich darf mich jetzt hinsetzen und nochmal alles von vorne anfangen Naja, vielleicht hättest du Herrn Flickenschild einfach früher einen Sag mal, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Na, auf deiner natürlich Hallo Frau Silvach Hallo Herr Lichtenhang, ich hab im Internet gesehen, dass Sie Fahrer suchen für irgendeine Veranstaltung Also, ein paar Euro extra könnte ich gut gebrauchen Wir haben tatsächlich gerade eben darüber gesprochen Wir brauchen allerdings qualifizierte Chauffeure und keine Lieferfahrer Ich hoffe, Sie sind nicht böse Ich hab meinen Personenbeförderungsschein schon seit Studienzeiten Ach Ich fahr jeden Tag über 100 Kilometer für Spedito, unfallfrei Mein dunkler Anzug hängt in meinem Schrank also Ja, aber das klingt doch großartig, dann schicken Sie mir eine kurze Bewerbung und alles wird gut Hauptsache Sie zahlen anständig Deutlich über Tariflohn Gut Dann haben Sie heute Nachmittag meine Bewerbung vorliegen Wunderbar, ich freu mich Danke Tschüss Sag mal, warum muss Herr Fries sich bei dir bewerben? Du kennst ihn doch Ach, das ist doch eine reine Formsache für ein Flickenschild zur Abrechnung und so weiter Ach, Vater, Mensch, du warst beim Heideecho Ja Die bringen die Tinito-Story, hab ich recht? Dieser Chefredakteur ist ein ganz abgebrühter Hund Die Geschichte ist schon online Moment mal, wer hat Tinnitus? Herr Jansen hat Tinnitus Theo, kannst du nicht einfach die Klappe halten? Ist doch schon online, also kann ich es ja auch erzählen Na gut, also dann will ich mal meinen Gang nach Canossa antreten und mein Fauxpas beichten Gute Besserung für Herrn Jansen Von mir auch Der holt sich jetzt einen Einlauf Äh, komm, lass uns gehen Ah, ich will das Fahrrad mitnehmen, ich lass es am Bahnhof stehen als Werbung Das war eine gute Idee Jetzt tun sie doch endlich was Bleiben wir zurück Lass mich nicht Der Anfall ist doch schon mal vorbei, siehst du? Ich hab ihm gerade ein krampflösendes Mittel in je zurück Warten sie was zur Beruhigung? Ich glaube nicht, oder? Wir haben das schon mal erlebt Einen Sohn verloren, plötzlicher Kindstod Das tut mir sehr leid Die Anfälle sind vermutlich durch Stress ausgelöst worden Der Körper steht durch die Infektion unter Stress Lika, wir sind hier Kann er uns hören? Er ist nicht bei Bewusstsein Vermutlich eine Neurokardiologe-Synkope, die mit Krampfeinfällen einhergeht Vermutlich? Sie sind Ärztin, Sie müssen sowas wissen! Die Auswirkungen einer Insoferdomonitis sind unberechenbar Wir werden ihm nochmal hochdosiert Corticoide geben Entschuldigung Danke Danke Ich wäre am liebsten mit Peer und Kaya zu Mika gerannt Dann weißt du gar nicht, was das für Krämpfe waren, die der Junge hatte? Ich hoffe, dass Peer sich bald bei mir meldet Masern Eine komplizierte Hirnhautentzündung, die bereits das Rückenmark angegriffen hat Das ist doch alles nicht wahr Mika ist jung, er ist Triathlet und er ist bei Britta in den besten Händen Er schafft das Ja, das habe ich Peer auch gesagt, aber... Kein Aber, Mika schafft das Sein Zustand verschlechtert sich kontinuierlich Peer ist so verzweifelt Es zerreißt ihn, dass er nichts tun kann Er weiß, dass du immer für ihn da bist, wenn er dich braucht Ja Und bis dahin musst du dich einfach mit Arbeit ablenken, hilft ja nichts Aber es erscheint mir alles so unwichtig auf einmal Wenn Zwanche nur endlich schon hier wäre Hast du noch mal was von ihr gehört? Ach, das Bodenpersonal am Flughafen in Mexiko streikt immer noch Oh Mist, das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie endlich bei Mika ist Ja, und sie würde besser damit klarkommen, wenn ich ihr sagen könnte, dass er auf dem Weg der Besserung ist Weiß ich denn gar nicht, wie schlecht sein Zustand wirklich ist? Ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein, ohne sie in Panik zu versetzen Wie kommen die da rauf? Das gibt's doch gar nicht, komm rein! Im Rathaus muss es irgendeine undichte Stelle geben Hast du die Swipper-Nachricht vom Heideecho online bekommen? Ja, natürlich Überforderter Stellvertreter sagt nach Panikwache Stadtteilfest ab Schlimmer ist das hier, Jansen ist nicht im Urlaub, wie offiziell verlautbart Er kämpft gegen einen Tinnitus an Also wenn ich rauskriege, wer da rumgetrascht hat, der kann was erleben Dann fang mal an Du! Ja, nicht absichtlich Dieser dreiste Journalist hat ein Privatgespräch zwischen mir und Theo gehört Der wo? In der Altstadt Wie du redest in aller Öffentlichkeit über meinen Tinnitus? Nicht in der Öffentlichkeit, nur Theo und ich Und dieser Schmierfeng vom Heideecho Ich hatte dich gebeten, über meinen Zustand die Klappe zu halten Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber Nichts aber! Er ist das vorherig abgesagte Stadtteilfest und jetzt bringste auch noch meine Krankheit in die Presse Ich hab versucht, Druck auf den Chefredakteur auszuüben, aber der lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken Ja natürlich nicht, das ist ein gefundenes Fressen für ihn Ich bin ab morgen wieder im Amt, dann stimmt die Presse noch einen Abgesang auf mich an, von wegen arbeitsunfähig und so weiter Du bist krank! Ja und du hast dafür gesorgt, dass es jeder weiß Schade, ich hätte gedacht Arne könnte bei Spedito irgendwas drehen, dass wir diesen Rabatt bekommen Äh, wie bitte? Was starrst du denn pausenlos auf dein Handy? Ähm, ich habe mir die AGBs von Spedito nochmal angeguckt Also leider reicht unser Paketaufkommen für den Großkundentarif nicht Ja, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwo anders einsparen können Diese Versandkosten fressen einen großen Teil unseres Gewinns Ja, wir müssen einfach mehr Umsatz machen Ja, aber wie? Willst du die Preise erhöhen? Da machen unsere Kunden nicht Alle Zutaten, die Sie für Ihren Kuchen brauchen, haben wir bereits für Sie zusammengestellt Und wie Sie diese Schritt für Schritt verarbeiten, das zeigen wir Ihnen jetzt Moment, da fehlt der Puderzucker Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ah, wieder duftet, ja? Schmeckt ausgezeichnet. Das ist doch bei eurer Backmischung gar kein Wunder. Die ist idiotensicher. Das war auch die Idee. Danke, dass du mitgespielt hast. Dann schneide ich den Film fertig und dann stellen wir das Backtutorial online. So machen wir es, Helen. Ja? Hey, ich habe gehofft, dass ich dich hier erwische. Komm rein, ich gönne mir gerade eine Pause. Oh, die sind für mich? Dankeschön. Ja, warum sollen immer nur Patientenblumen bekommen? Oh, die sind wirklich sehr schön. Und deinem antiseptischen Zimmer tun sie auch gut. Ja. Du siehst erschöpft aus. Manche Patientenfälle bringen das so mit sich. Du darfst nicht drüber reden, nicht wahr? Die Eltern meines Patienten haben vor vielen Jahren schon einen Sohn verloren und jetzt machen sie sich Sorgen um den Zweiten. So einen Schock wird man nie richtig los. Und ich dachte schon, dass dir Hannelores Vorwürfe noch nachhängen. Sie war vorhin hier, es war katastrophal und dann hat sie sich entschuldigt auf ihre ganz eigene Weise. Von Einsicht keine Spur. Aber sie wird doch ihrem Mann jetzt selbst die Wahrheit sagen, oder? Ja, aber nur, weil ich es sonst tue. Ich bin dieses Taktieren so leid und den Umgang mit ihr. Es ist sinnlos und ermüdend. Überleg dir gut, ob du in deinem Leben auf sie verzichten möchtest. Es würde vieles einfacher machen. Das sagst du jetzt. Aber glaube mir, auf einen Menschen, der immer zu deinem Leben gehörte, kannst du nicht so einfach verzichten. Er ist bewusstlos, Peer. Ich verstehe einfach nicht, warum die Ärzte ihm nicht helfen können. Aber das tun sie doch. Sein Fieber ist bereits zurückgegangen. Sein Immunsystem erholt sich auf. Die bekämpfen einfach nur die Symptome. Davon wird Mika nicht wieder gesund. Doch, er wird gesund. Dr. Berger hat uns erklärt, dass die Entzündungen durch die Medikamente zurückgehen. Das reicht aber nicht. Es muss irgendein Mittel gegen dieses Virus geben. Es gibt mittlerweile gegen alles ein Medikament. Dann wird es bekommen. Vielleicht kennt die Frau Dr. Berger sich auch einfach nicht so besonders gut aus. Vielleicht ist das ganze deutsche Gesundheitssystem einfach so weit hinterher. Vielleicht bist du einfach auch nur übernerviss. Kai, ich verstehe deine Bedingungen. Aber ich glaube, dass der Junge hier... Du hast mir versprochen, dass uns nicht nochmal das Gleiche passiert wie mit Janne damals. Jetzt tu endlich irgendwas! Bringen Sie mir bitte auch so eine Vitaminbombe. Ja, die Damen, hallo. Darf ich... Herr Lüder, bitte. Danke viel. Haben Sie denn jetzt Richie Skye abgesagt? Richie Skye, der berühmte Musikproduzent. Ja, ein Bandkollege von mir aus Rainy Birds Zeiten wollte mit mir ein Album aufnehmen. Wow. Ja, wow ist, dass Herr Lüder das Angebot abgesagt hat, weil er Peer nicht allein lassen will, solange Mika krank ist. Ja, also Rüdig hat das verstanden, aber war doch schon etwas enttäuscht. Und Sie nicht? Ja, doch, ein bisschen vielleicht. Aber wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Und wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Also wenn Mr. Skye auch nur halbwegs so fit ist wie Sie, dann werden Sie noch jede Menge Gelegenheit dafür haben. Jetzt reden Sie schon wie Rüdiger, der alte Optimist. Also mit einem Rockstar lasse ich mich doch gerne vergleichen. Bei einem unserer ersten Rainy Birds Konzerte, da hatten wir am Anfang nur fünf Zuschauer. Wir wurden das Konzert schon absagen. Aber Rüdiger hat den Verstärker voll aufgedreht und uns zum Spielen überredet und am Ende war der Saal voll. Wow. Ja. Na, so viel Zuversicht ist wirklich beneidenswert. Der Mann glaubt einfach an sein Glück. Vorhin genauso. Ja, er ist davon überzeugt, dass der Junge wieder fit wird und ich dann rechtzeitig nach Los Angeles fliegen kann. Also Sie glauben nicht, wie sehr ich mir wünsche, dass er recht behält. Ja. Für Mika, Peer und...